Den Shitstorm in 3, 2, 1, der aus meiner Sicht der bessere Dacia ist, als der Dacia Spring. Das ist nicht zu fassen. Echt hässlich. Sorry, die Achte haben angerufen, die wollen ihr Polo-Lenkrad zu lernen. Aber dafür ist die Software scheiße. Das Einzige, was natürlich als Laternenlader vielleicht für dich ein bisschen doof ist. Nachdem ich bereits eine Serie als Laternenparker ohne eigene Lademöglichkeit mit meinem Hyundai Ioniq gemacht habe, tausche ich diese Woche mein Fahrzeug gegen den MG ZS EV. Einem Elektro-SUV mit 41 Kilowattstunden nutzbarer Batterie. Und ihr begleitet mich und schaut mal, wie gut ich damit klarkomme und ob das funktioniert. Viel Spaß! Komme raus und erblasse vor der Erhabenheit eines chinesischen SUVs. Ich wusste, dass du das machst und deswegen habe ich meine Kamera auch schon bereit gehalten. Ich mache die jetzt mal an. Hallo Steve. Hallo Julian. So, wollen wir mal gucken. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Mach mal zu hier. Das ist ja wie Weihnachten hier. Oh. Oh, alter Schwede. Nicht schlecht. Er macht ja schon mal irgendwas her, oder? Ja. Er macht ja schon mal irgendwas her. Die Farbe finde ich schön. Ich habe mir gerade mal die Farben im Konfigurator angeschaut und fand das Rot auf dem Web echt hässlich. Aber hier sieht richtig gut aus. Also doch nicht schwarz. Genau. Ich setze mich mal hinten rein. Ja. Wie groß bist du? 1,74. 1,74. Und jetzt hinter mir immer noch mit 5 Zentimeter zum Knie. Ach bestimmt, ja. Aber es ist okay. Also. Es ist okay. Mit dem Dach ist natürlich ein Traum. Macht ein schönes Traumgefühl, ne? Ja, klar. Das ist deine normale Sitzposition. Das ist meine normale Fahrposition, ja. Dann musst du dich schon strecken, dass da die Pedale rauskommt. Ja. Du weißt doch. Du weißt doch. Ja, ja. Ungefähr 1,20 Meter kleiner als du. Ja, ich sage mal so, ja. Es ist ein bisschen, weiß ich nicht, ist es jetzt falsch, wenn ich sage, es ist ein bisschen oldschool, aber nicht schlecht. Aber es ist okay. Ich weiß nicht seit wann. Ich brauche es gar nicht so mega. Ich weiß nicht seit wann, aber man muss dazu sagen, den gibt es auch als Verbrenner in China. Ja. Dafür ist es aber umso interessanter, dass er halt eben hinten keinen Mitteltunnel hat. Ja, das ist schön. Das stimmt, ja. Das ist mir jetzt gerade so definitiv gar nicht aufgefallen eben. Man achtet schon gar nicht mehr drauf. Aber das ist richtig, ja. Aber sonst so von der Verarbeitung her, es geht jetzt nicht ums Oldschool, das ist ja Geschmackssache, ne? Ja, das ist reine Geschmackssache. Aber einfach so, wie es aufgebaut ist, wie es anmutet. Ich finde die Tasten, ja, da siehst du so ein bisschen die Preisklasse. Das ist ja beim ID auch blöd, ja. Also das gefällt mir ja beim ID auch überhaupt gar nicht. Diese Touchtasten. Diese Touchtasten, das ist irgendwie, das passt irgendwie nicht dazu. Das ist wie aus einem anderen Auto irgendwie. Aber letztlich sind das so Sachen, wo du sagst, Verarbeitung gucke ich nachher nochmal so ein bisschen. Also so vom Sitzen finde ich erstmal okay. Das ist natürlich schön hier oben und das mutet auch toll an. Es ist nicht zu fassen. Oh Scheiben, Herr Esther. Das ist nicht schön. Also wenn du ein bisschen, wenn du ein bisschen handwerklich hier geschick hast und zu viel Styropor, kannst du die hier locker, soll ich mal zumachen die Tür? Ja, ja. Eben noch im ID gesessen, die ihr jetzt verliebt. Also ich sag mal, ich habe keine riesengroßen Ansprüche. Ich finde es okay, wie es aussieht. Es ist übersichtlich. Ich werde noch nie in dem Wagen gesessen. Das erste Mal jetzt. Ich persönlich finde sogar dieses quasi analoge Instrumentencluster da vorne, finde ich persönlich schön. Mag ich gerne. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Und ich finde das hier unten an dem Radio, finde ich, naja, es sieht so ein bisschen aus, als hätte man da so ein Radio eingebaut, weißt du, was man früher da so reingenommen hat. Aber Mann, das ist alles irgendwo, wo du sagst, das muss es jetzt nicht ausmachen, ja. Von den Materialien her finde ich da, wo man viel anfasst, ja, wo man wirklich viel seine Hände, seine Arme hinlegt und so. Da ist es weich, da ist es okay und an den Stellen, wo man jetzt nicht irgendwie ständig ran grabbelt, wie was weiß ich, hier unter der Lüftung oder hier vorne an der Tür, da ist es Hartplastik. Das ist beim ID letztlich ähnlich und finde ich jetzt auch nicht weiter problematisch. Jetzt sag einfach mal, geht ja nicht ums Detail, sondern jetzt sag einfach mal so dein Eindruck, 23.000 Euro, das Auto, was du dafür bekommst. Absolut, so vom Eindruck her, wir sind ja eben eine Runde gefahren, absolut okay. Das heißt also, aus deiner Sicht, Elektromobilität? Absolut, also ich halte das für bezahlbar, wenn man so sieht, was sonst Leute so für einen Golf oder sowas ausgeben oder für einen Astra oder keine Ahnung, was man in so einer Klasse kauft, finde ich, du hast vorhin so ein schönes Beispiel gebracht, da hast du mit einem Renault Captur, glaube ich, verglichen. Und ich sage so, wo ist das Problem? Also alles prima, alles super. Finde ich in Ordnung, gefällt mir. Also ich finde, es ist jetzt mal völlig unabhängig davon, ob man das jetzt irgendwie geil findet vom Design her oder nicht, aber was du fürs Geld bekommst, wie die Anmove ist. Hauptsächlich darum, ist die E-Mobilität bezahlbar. Absolut, also in der Klasse absolut überhaupt gar keine Frage. Aber ich muss, ja, alltagstauglich, also alltäglich 200, 250 Kilometer, sagen wir mal, ich reduziere jetzt mal ein bisschen, was ich rausgefahren habe, weil es kommt ja immer auf den Fahrstil an. Wenn du jetzt ungeübt bist, sind es wahrscheinlich 200, 250 Kilometer, ist aber völlig... Ja, wir wissen es doch, wir wissen es doch, was brauchst du im Alltag. Und selbst wenn du als Laternenparker alle zwei Tage zum Laden gehst, hast du immer noch mindestens, denke ich mal, so 100 Kilometer drin, da hast du eine gute Restreichweite, falls du doch mal dringend noch mal irgendwo hin musst. Du kannst mit dem Schnelllader dann einigermaßen fix nachladen. Das Einzige, was natürlich als Laternenlader vielleicht für dich ein bisschen doof ist, erlägt ja nur, hast du gesagt, einphasig. Und Thema Blockiergebühr, vier Stunden. Ja, das ist richtig. Da wäre es schön, wenn er mit elf laden würde. Aber nach den neuen NBW-Tarifen ist ja EWE Go jetzt wieder der günstigste Anbieter und die haben ja keine Blockiergebühr. Also solange es solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist das in Ordnung. Aber da würdest du dir dann vielleicht doch wünschen, oder du bist mal irgendwo unterwegs und bist mal an irgendeiner AC und willst noch mal nachladen, dann ist natürlich so mit drei oder so, dann wäre elf kW natürlich schon wünschenswert. Abgesehen davon, dass wir jetzt keine Langzeiterfahrung haben, wie ist das Ding nach drei Jahren, wie ist es nach fünf Jahren. Aber so, wenn du in den Laden gehst, das ist so, also nimm es mir nicht übel, Renault, verstehst du? So Renault-Stil. Es ist nicht das teuerste, es ist nicht das billigste, es ist von der Qualität, ich bin ja auch nur die Zoe gefahren, vier Jahre. Es ist nicht von der Qualität her das Beste, aber bei weitem nicht das Schlechteste. Und das sehe ich, was ich bei Renault, bei der Zoe gesehen habe, sehe ich hier eigentlich so vom Eindruck her genauso. Für mich ist es ein absolut taugliches, auf den Blick taugliches Familienauto, wo du zu viert, sogar mit Hund hast du fünf Dinger. Wunderbar, zur Not kann sich auch noch mal einer hier dazwischen packen. Ich, ehrlich, alles prima. Ich würde aber vorschlagen, du setzt dich jetzt mal nach der Woche, fast der Woche MG mal in den ID. Ich habe den Großen jetzt mal in den ID gesetzt. Nach seiner Woche. Da musst du erstmal den Sitz ganz nach unten pumpen. Moment, jetzt. Da musst du erstmal den Sitz ganz nach unten pumpen, ansonsten wenn der ein Glasdach hätte, würde ich oben rausgucken, ja? Ja. Wenn ich auf Julians Platz mich setze, so. So, Steve, jetzt erzähl mir doch mal so deine Eindrücke, wenn du jetzt hier drin sitzt, nach deiner Woche MG sitzt jetzt hier im deutschen Volkselektro-Auto. Was hatten wir vorhin gesagt? 3.000, 4.000 Euro teurer, bisschen größerer Akku. Du hast hier etwas Futuristisches, softwaretechnisch, mittlerweile haben sie ja ganz gut was hingelegt, kann ja einige, Heckangetrieben, hat Punch, hat Ladeleistung und das, was ich jeden Tag in der Hand habe. Aber das, dass es hier so hochgelangt ist und so was, sei es drum, ob das jetzt schnell zerkratzt, aber damit könnte ich mich noch anfreunden. Genauso wie hier diese Stoffe, das ist so leicht, ein bisschen weich und so was, ich habe kein Problem damit, dass es hier oben hart ist. Ja, ja, ja. Weil, ich zeige es mal kurz, da lege ich ja so den mit dem Arm dran, da habe ich kein Problem mit. Wenn hier oben der Arm drauf liegt, stört mich überhaupt nicht. Mich stört auch nicht, dass es hier hart ist oder sowas. Ja. Aber, was ist das denn? Also, sorry Leute, aber meine persönliche Meinung. Sehe ich genauso. Rein subjektiv. Sehe ich ganz genauso. Das Ding, das gehört aus meiner Sicht in den, also, sorry, die 80er haben angerufen, die wollen ihr Pololenkradzule haben. Richtig, ja? Richtig, genau. Also, das ist, was ich sage, geht gar nicht. Ja, und das ist auch genau, ehrlich gesagt, jetzt nach meinen ersten Wochen in dem ID, obwohl es natürlich ein Luxusproblem ist. Aber das ist dein größter Painpoint oder sowas. Ja, das Lenkrad finde ich ganz schrecklich. So, diese Tasten hier, ich habe es ja schon mit vielen diskutiert, mögen sie modern sein oder auch nicht, aber irgendwie meine Fingeranatomie kommt so nicht ganz damit klar. Ja, ja. Dieses Feedback ist irgendwie für mich busy, busy fishy. Ne, so. Du hast ein Fahrzeug, was Palmstadt hat, was Ladeleistung hat, womit du auch, ich sage mal, mindestens deine 250, 350 Kilometer, 350 Kilometer kommst. Ja, locker. Also, es ist alles okay im Einstiegssegment. Es ist absolut, es kommt halt darauf an, wo die einzelnen Referenzen liegen. Und da drüben hast du halt genauso ein Fahrzeug, was völlig in Ordnung ist, was aber hier wieder ein bisschen mehr Hochwertigkeit versprüht, finde ich, im Innenraum. Aber dafür ist die Software scheiße. Also, irgendwo, sind wir ehrlich, alle Fahrzeuge haben ja irgendwo etwas. Und so richtig lassen sich alle nicht miteinander vergleichen. Aber wir können sagen, ab knapp über 20.000 nach Förderung. Ja, das muss man klar dazu sagen. Nach Förderung, aber knapp über 20.000 ist die Elektromobilität inzwischen erschwinglich. Egal, ob für den SUV-Fan oder für den Hatchback-Fan, den Kompakt-Klasse-Fan, es gibt am Markt wirklich ganz viele Sachen. So, und jetzt würde ich aber mal sagen, jetzt gucken wir mal, was ist denn der Unterschied zwischen China und Deutschland? Der hat 3.000, 4.000 Euro mehr gekostet, Nachförderung. So, was hast du denn hier drin? Hast du hier Autolicht? Hast du Regensensor? Hm, bin ich mir gar nicht so sicher. Ich sehe nämlich kein Auto. Wie auf dem Schalter. Aber ich habe einen Schalter, um den da anzuschalten. Und das geht automatisch. Wenn es regnet, sagt mein Gehirn automatisch. Mach den an. Okay. Okay. So, alles klar. Du hast induktive Ladeschale. Du hast Sitzheizung? Nein. Nein, nicht in dem. Du hast... Holzklasse. Du hast Holzklasse, okay. Ja, ich habe ein paar Fahrassistenzsysteme. Also Spurhalteassistent. Notbremsassistent, Spurhalteassi ist dabei, ja. Und Tempolimit, Tempolimiter, kein Tempomat, aber Tempolimiter. Du hast kein Tempomat? Nein, ich habe aber ein Tempolimiter. Und ehrlich gesagt, inzwischen finde ich den Tempolimiter sogar besser als den Tempomat. Aber das ist vielleicht mal ein Thema für ein anderes Video. Ja, okay. Totwinkelassistent? Nein. Querverkehrswarner? Nein. Okay. Menge Piepser. Rückfahrkamera? Nein, aber viele Piepser. Piepser vorne, vorne, vorne und hinten. Richtig, mit optischer Anzeige. Okay, mit optischer Anzeige. Ja, genau. So, und dann gehen wir jetzt mal rüber. Ja, genau. Dann gehst du wieder nach hinten. Ja. Kannst du mal filmen? Also, wir haben zwar hier, wir haben auf jeden Fall einen Regensensor, aber der geht nicht, der macht nicht das Schiebedach zu. Ups. Böser Fehler. War nicht mal gewollt. Du musst es hier anmachen. So, diese Musik geht immer an, egal ob du das Auto mit Ton ausgeschaltet hast, sie geht immer an. So, was haben wir hier? Wir haben, zum Interieur haben wir ja schon alles gesagt. Regensensor? Wir haben Regensensor, hast du ja gerade gesehen. Geht direkt an. Wir haben automatisches Licht. Wir haben Fernlicht, Assi. Das heißt also, dass er auf und ab blendet. Also, er maskiert sich. Also, kein Matrix-LED, sondern es ist nur Halogen. Aber, genau, du hast LED-Licht. Richtig, ja. Der hat hier Halogen-Licht, aber er blendet auf und ab automatisch. Elektrische Spiegel haben sie sowieso beide. Ja. Elektrische Fenster hier aber vorne und hinten haben sie auch beide. Der hat ein Schiebedach. Panorama-Schiebedach. Sehr schön sogar. Also, das finde ich wirklich nice. Was gigantisch groß, kriegst du das mal drauf, wie gigantisch groß das aufgeht. Ich weiß gar nicht, ob das mit deiner Kamera jetzt hier gerade geht. Musst du mal hochdrehen. Das geht also halb komplett, also einmal die Hälfte und dann hast du hier natürlich noch das Glas. Ja. Also, das ist schon... Wenn du jetzt hier die Action nicht hängen würdest, dann hättest du da noch zum Zumachen noch so eine Rolle. Ja. Also, das ist wirklich echt schön. Ja, das ist schon nicht schlecht. So, das hast du. Du hast Sitzheizung vorne, habe ich gesagt. Du hast... Ist hier eine Wärmepumpe eingebaut? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wir wissen ja... Ich glaube, wenn ich vorne reingucke, glaube ich nicht. Wir wissen ja von manchen Herstellern, dass es nichts bringt. Ja, dass die auf jeden Fall keine 30% mehr Reichweite bringen, ja. Du hast hier aber auf jeden Fall Todwinkelwarner. Du hast hier Querverkehrswarner. Du hast keinen Limiter. Ja. In dem Fall habe ich noch keinen gefunden. Hast du einen Tempomat? Aber du hast einen adaptiven Tempomat. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Du hast Spurhalte-Assi. Mhm. Aktiv. Wobei man sich da natürlich immer über die Qualität und so weiter streiten kann. Ja, ja. So. Apple CarPlay, Android Auto? Beides. Beides. Beides per Kabel. Bei dir ist es kabellos. Also man sieht, da sind schon ein bisschen Unterschiede. Wie gesagt, du hast ja vorhin gesagt, ich glaube so ein bisschen dein größter Schmerzpunkt war die Software, oder? Definitiv, weil wenn ich hier... Ja, die ist Echtzeit. Es ist so wie Buten von früher. Es ist ja nicht so, dass der Wagen schon eine halbe Stunde an ist. So, jetzt soll ich mir am besten diesen Text durchlesen, der mir sagt, dass ich mir diesen Text während der Fahrt nicht durchlesen soll. Ja? Das ist so... Wo du denkst, mach es doch noch kleiner. Schreib doch noch zwei Sätze dazu. So. Und dann haben wir ja vorhin beim Navi schon gesehen, es ist nicht auf dem neuesten Stand. Nee, nicht wirklich. Und es ist auch nicht... Also, ja, wenn du den mal drin hast, dann weißt du wie, meine neue Route... Hast du irgendeine Ahnung, wer dahinter steht? Also ist es irgendwie... Keine Ahnung, überhaupt nicht. Okay. So, jetzt denkst du hier so... Ich dachte beim ersten Mal Park, ich habe das eingegeben, ne? Und der dreht hier und ich so, oh, okay, er arbeitet. Und irgendwann so nachgeführt einer halben Stunde habe ich dann mal gedacht, der muss doch mal fertig sein. Dann sehe ich, ach, erziehe auswählen, ja klar. Hm. Und ich sehe das Rädchen. So, Route wird berechnet. Jetzt, das ging tatsächlich relativ fix. Du, dann ist es nicht Windows 95, dann ist es Windows Vista. Da musstest du auch immer alles nochmal extra bestätigen. Aber jetzt musst du nämlich nochmal Navigation starten. Ja, siehst du? Ja. So. Aber wir können ja mal eine andere Adresse eingeben. Und zwar, wir geben jetzt mal eine Adresse ein. Hm. Ich weiß nicht, was er macht. Hm. So. Und zwar machen wir mal nach Hamburg und wir machen mal jetzt einfach... Reeperbahn. Es ist mir jetzt einfach so eingefallen eben, obwohl ich es schrecklich da finde. Ja, ne? Ist ja egal. War ich jetzt in der zweite E? Da. Nicht, dass uns jetzt einer falsch versteht. Wir fahren natürlich jetzt nicht zur Reeperbahn. Als Ziel auswählen. Wir sind wirklich verheiratet. Also entscheidend hat er hier irgendwie echt guten Empfang, oder? Jetzt, weil letztens da hat er ewig gebraucht, um eine Route zu berechnen. Oh, das geht relativ fix. Das sieht so ein bisschen aus wie mein erstes TomTom. So, machen wir mal Navigation starten. Aber offensichtlich sagt dir die Navi jetzt aber auch nicht, dass du diese 300 Kilometer mit deinen 190 Restkilometern nicht schaffst. Ach so, das heißt, eine Ladeplanung ist nicht mit drin. Ne, das wird einfach so wahrscheinlich so übernommen worden aus dem Verbrenner. Ja, 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 okay. Ja, aber wie gesagt, an der Stelle muss man dann wieder sagen, eh jetzt manche sagen, wir reden über 23.000 Euro. Das ist eine Menge Geld, aber wir sitzen dann trotzdem in einem super geräumigen, gut verarbeiteten, zumindest nach unserem jetzigen Eindruck, gut verarbeitetem Elektrofahrzeug mit durchaus akzeptablen Fahrleistungen. Wir kommen jetzt mal in den Kofferraum, warum ich meine steile These noch ein bisschen untermauern möchte, warum das aus meiner Sicht der bessere Dacia ist, als der Dacia Spring. Alles klar. So, dann kommen wir jetzt dazu, warum der MG für mich der bessere Dacia ist. Und ja, der ist ein bisschen teurer, aber kommen wir erstmal zum ID.3 und zwar ID.3 kennt man, ne. Kofferraum geht okay, ist geräumig, ist ausreichend, ne. Hier hat man nochmal so eine kleine Luke, da kann man so lotterlich sein Ladekabel reinflacken. Das habe ich aber ordentlich reingelegt für dich. Wenn das für dich ordentlich ist, dann ist das nicht so, ne. Nie wieder mit dir ein Video. Aber, aber kennt man, ne, ist in Ordnung. So, hier, so, Neonet, passt. Genau, kriegt man alles rein. Na, kommen wir mal zum MG. Und da sehen wir schon, der wirkt jetzt nicht ganz so tief, aber, äh, tiefer, aber nicht ganz so, ne, von der Höhe her. Nicht so hoch, genau, ja. Ja, so. Ich sehe schon mal hier, das finde ich ja immer sehr gut. Ich persönlich mag ja so eine kleinen Seitentaschen. Genau. Finde ich ja sehr gut, um da mal Kleinigkeiten, Schuhe reinzustopfen. Ja, und vor allen Dingen, du siehst jetzt, dann denkst du, hä, das trennt jetzt ja richtig, weil... Oh, das ist gut. Und deswegen sage ich, der MG ist aus meiner Sicht der bessere Dacia, weil, aus meiner Sicht, wer ist denn der typische Dacia-Kunde? Der typische Dacia-Kunde sind, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber das sind Leute, die halt oftmals auch Handwerker sind, die vielleicht Hausmeister sind, die Familien haben, die viele Sachen transportieren müssen, ne. Und dafür ist Dacia bekannt, dass sie zweckmäßig sind, dass sie viel Platz haben und dass sie halt günstig sind. Und hier finde ich, für die Fahrzeugklasse, für die Größe des Fahrzeugs, hast du einen fulminanten Laderaum und hier drunter sogar noch deine Ladekabel organisiert. Und das finde ich sehr schön, du hast ein Organisationsding hier drin, wo du immer dein Warnrecht, klar sowieso, und Reifendrucker, aber du hast immer dein Notladekabel einfach dabei haben kannst. Du hast auch immer dein normales 32 Ampere-Kabel immer dabei. Ich hätte es noch nicht mal hier hinten drin, sondern ich würde mir, wenn es jetzt nicht regnen würde, vorne mit ein bisschen Styropor, ich habe es ja schon die Tage gezeigt, einfach irgendwie einen Funk bauen, weil da ist genug Platz und ich finde, platztechnisch bietet dir echt einiges. Oh, sichern Sie sichern? Ein Knopf, Druck und das Radio ist aus. Ja. So, aber wie gesagt, also das ist das, wo ich sage, die Elektromobilität, wenn jemand noch mal sagt, irgendwie wäre nicht erschwinglich, dann kommt demjenigen nicht mit irgendwie, ach ja guck mal hier ein Model 3 oder was weiß ich nicht, ist ja schon so günstig zu haben, sondern es gibt weitaus günstigere Fahrzeuge, die ordentliches Potenzial haben, wie ich finde. Also jetzt gerade, nachdem ich den Kofferraum gesehen habe, ich habe dir schon vorher zugestimmt und ich stimme dir jetzt noch mehr zu, weil ich sehe es ja auch ein bisschen aus der Situation, unsere Kinder sind jetzt quasi raus aus dem Haus, mehr oder weniger, und wenn ich so die letzten 20 Jahre zurückblicke, dann war natürlich als Familienfahrzeug immer eine hohe Variabilität, von Vorteil, für Urlaub, für alles Mögliche, was so kommt, du musstest vernünftig an die Kindersitze ran, du musstest vernünftig mal hinten was reinpacken, früher auch mal einen Kinderwagen und so weiter und so fort. Du bist immer froh, auch heute noch, wenn man irgendwo Stauraum hat, den man nutzen kann, wo einem nichts im Weg rumliegt, was du gerade hinten gezeigt hast, dieser doppelte Boden, das fand ich beim Prius immer hervorragend, der hatte das nämlich auch im Prinzip drei Etagen, ja, habe ich immer geliebt, beim ID.3 fehlt mir das ein bisschen, aber jetzt hat sich ein bisschen auch die Situation geändert. Hat sich ein bisschen entzerrt, deine Kinder sind erwachsen. Richtig, genau. Und die fahren auch meistens jetzt mit ihren eigenen Autos irgendwie durch die Gegend, wenn sie nicht irgendwie anders durch die Gegend kutschiert werden. Aber so passt es jetzt für uns, aber so aus der klassischen Familiensicht oder einfach auch Handwerker angesprochen, Gewerbetreibende, die da irgendwas unterbringen wollen oder was weiß ist absolut okay. Und ich finde, du hast völlig recht, wenn du sagst, wir müssen in Anführungszeichen nicht mehr auf Tesla zeigen, sondern wir können sagen, hier, guck mal hier, für 23.000 Euro, was immer noch eine Menge Geld ist, ist gar keine Frage. Aber es ist nicht lange her, da hat man gesagt, die Autos waren so im Bereich von 30.000. Von daher, glaube ich, ist immer wichtig, dir so ein Auto genau anzugucken, ausgiebig Probe zu fahren, so es denn irgendwie geht. Vielleicht auch mal den Vergleich machen mit einem höherwertigen Fahrzeug, damit man mal wirklich sieht, ist es dir das wert, mehr Geld auszugeben, wenn du es kannst. Wenn du es nicht kannst, findest du dich dann auch bestätigt. Oder wenn du es nicht willst. Also nicht können, das war jetzt ein bisschen blöd formuliert, aber wenn man, wenn man das nicht möchte. So, ganz kurzes Fazit noch, Vergleich, ID.3, sagst du, jetzt mal davon abgesehen, dass das halt eher ein SUV ist und so, aber sind die auf einer Augenhöhe, die Chinesen mit den Deutschen? Verarbeitungsqualität, also die Materialqualität können wir ja erst in ein paar Jahren beurteilen. Aber jetzt einfach so, von dem, du setzt dich rein, du guckst dir den an, du festest alles an, du fährst mal eine Runde. Was sagst du? Also ich, ich musste, ich muss dazu allerdings eine Sache ansprechen, die jetzt ganz gefährlich ist. Ich sage es aber trotzdem, ich habe diesmal wirklich absichtlich ein deutsches Auto gekauft, weil ich einen Deutschen unterstützen wollte. Auch wenn man jetzt darüber lange weit diskutieren kann. Ich wollte es aber machen. Julian beträgt Protektionismus. Davon jetzt mal abgesehen. Shitstorm in 3, 2, 1. Genau, macht es ruhig, es ist alles in Ordnung. Ich sage auch kein Wort mehr dazu. Ja, ich finde es absolut vergleichbar. Ich finde es in Ordnung. Es ist nachher wirklich eine Frage, was gefällt einem einfach vom haptischen, vom optischen her besser? Wo fühlt man sich wohler? Wo setzt du dich gerne rein? Möchtest du ein bisschen eher so ein Allround-Design haben oder möchtest du so ein bisschen reduzierteres Design haben? Der ID.3 ist ja ein bisschen reduzierter vom Design hier innen drin. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Was willst du für eine Fahrzeugklasse fahren? Ich glaube, davon hängt es ab. Ansonsten halte ich das Ding absolut für, so jetzt von dem Eindruck her, für absolut konkurrenzfähig. Auf jeden Fall ein Ding sich das mal anzugucken, um einfach auch den Unterschied zu sehen. Und dann muss man nachher gucken, wo sein Herz höher schlägt. Ja, aber ich denke, die sind... Ich meine, die haben mit Elektromobilität... ...und dann sind solche Dinge wie ein Rexton oder wie ein Sangyong, die schon angefangen haben zu rosten, wenn du vom Hof gefahren bist. Natürlich nicht. Damit sind die halt einfach nicht mehr vergleichbar. Guck dir doch einfach mal an, was Hyundai für eine Entwicklung durchgemacht hat in den letzten 10, 15 Jahren. Ich sehe das auch so. Guck dir die Japaner an. Die Chinesen sind jetzt an dem Punkt, wo, ich sag mal, die Südkoreaner und die Japaner so ungefähr vor 10 Jahren waren. Die sind schon eine Weile im Markt drin, aber sie machen ihre Hausaufgaben und sie machen jetzt so, ich sag mal, so die letzten 10, 20 Prozent. Und von daher, Konkurrenz belebt das Geschäft. Mhm. Aber das kann man machen. Gut. Dann danke ich dir für deinen Eindruck, Julian. Demnächst wird noch ein Video bekommen, warum ich mir auf jeden Fall kein ID.3 kaufen werde. Auf jeden Fall setze ich mich jetzt wieder in den ID.3 endlich raus aus diesem China-Teil hier. Nein, alles gut. Denkt dran, Kanal abonnieren ist nicht umsonst, aber kostenlos. Ja. Und dann seid ihr immer informiert, wenn es von uns für euch ein neues Video gibt. Wir befassen uns ja gerne mit Elektromobilität, erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität aller Art. Und bedanken uns, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Ihr könnt auch gerne einen Daumen nach unten geben, dann schreibt es aber in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat, damit wir wissen, was wir ignorieren können. Das ist ganz wichtig. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.